Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Life is Strange. Langes her, aber wir machen trotzdem weiter. Hab ich ja versprochen. Ist das etwa unsere Schuld, dass wir erstmal das Missing-Person-Poster angucken und so tun, als ob wir das noch nie gesehen hätten? Rachel Amber. Sie sieht so glücklich und schön aus. Ich frage mich, was zu ihr passiert. Tja, ich hab da schon so ne Ahnung. Ich habe andere, also ich weiß über das Spiel nichts weiter, außer die zwei Parts, die ich tatsächlich jetzt selber inzwischen gespielt habe. Aber, also ich weiß wirklich nichts weiter davon. Miss Grant, ähm, gucken wir mal die Prüfung. Miss Grant ist sicher zu dieser Prüfung. Ah, okay. Sie hat ja die Liste von all den Schülern, die jetzt hier draußen stehen müssten. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. Warum höre ich die nicht? But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Ähm, sorry. Was ist los? Warum höre ich die nicht? Ich kann nicht zurückspulen. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, weil ich mich gerade so drüber gewundert habe. Sure. Sure. I always have time for you. What's the petition? Ah, eine Petition. David Mattson, our Chief of Security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Gegen die ganzen Überwachungskameras. Halls, Classrooms, Gym, Dormrooms etc. Mhm, 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 mhm. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Mhm, mhm. Warum ist das? Rachel, ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe das gar nicht. Nicht Angst und Verwalt. Ähm. Ja, Schwulen sind meistens alt. Aber... Hä, die Native Americans? Und? Und? Was haben die ein Ja damit zu tun? Ich bin, ich bin dafür, ja. Absolut. I don't mind security. Haha. Sicherheit ist mir scheißegal. Deswegen setze ich hier meinen Onkel drunter. Das hat nichts mit Sicherheit zu tun. Das hat was damit zu tun, dass man Leute einfach nicht grundlos überwacht. Oder generell. Na, weiß er Bescheid. So. Ich möchte nochmal rekapitulieren. Wir haben hier drinnen den Feueralarm gezündet. Im Prinzip müssten alle rausgerannt sein, hier draußen stehen, alle stramm. Mit Faden in der Hand am besten noch. Und sagen, jawohl, wir sind alle hier. Stattdessen steht hier draußen die Tante. Und lässt uns hier eine Petition unterschreiben gegen die Sicherheitskameras, die ich hier im Übrigen nirgendwo gerade sehe. Zumindest hier am Eingang müsste man ja wohl eine sehen. Vielleicht können wir die einfach nicht so weit hoch gucken. Naja. Und dann liegen hier dann die Leute. Haben jetzt hier wahrscheinlich gerade den fetten Johnny geraucht. Mensch, lass mich vorbei mit deinen fetten Beinen. Hayden. Hey Hayden. Haha. Könnte das sein, dass der Song nicht kommt, weil ich meine Songkarte auf eine 5.1 Songkarte ist und hier allerdings bloß Stereo im Wischpult ankommt? Tatsächlich? Ihr hört das? Okay, gut. Tatsächlich? Ihr hört das? Okay, gut. Ah, hier haben wir was mit Nathan Prescott. Do you really want Nathan Prescott to represent? Ah, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's alright and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Boah. Boah. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet Hayden. What the hell is the Vortex Club anyway? It seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night. Then you wouldn't be so inclined to gossip. Boah, ich habe keinen Bock auf den Vortex Club. Nö. I don't think so. I'm not Miss Party. Boah, das wäre nicht voll die Idee gewesen. Oh, man. Er war ein Charakter aufzuspielen. What about partying with all those Rachel Amber posters up? You're high. Rachel used to hang out with us, too. She was a blast. Smart. Not bitchy like. You know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah. And she was hot. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wer die Leute sind. Oh. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel. Even if she didn't act like it. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Let's talk later, Hayden. Hi, Max. Now. I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Also, ich muss unbedingt gucken, dass ich im nächsten Part, ähm, dass ich die Leute auch höre. Nicht nur ihr. Hey Hayden. Hat er... Hat er zwei Schnitten um sich rings rumliegen. Das ist ja mal eine coole Frisur. Die gefällt mir voll. Die ist cool. Zeig mir mehr davon. Show me your Frisur. Irgendwie... Was zockt die? Komm, wir gucken. Mann! Was spielst denn du da für'n komischen Kram? Ich erkenne dort oben links einen Farbverlauf von Gimp. Ein paar Pfeiler und UAV. Wer bist du? Eine Drohne? Da oben. Ich sehe sie fliegen. Verschwindet nur ab und zu mal. Ganz viele davon. Okay. Eichhörnchen! Komm her! Ich muss das aufsammeln. Ich muss das aufsammeln. Ich muss das aufsammeln. Nein. Oh. Ja. Lass uns zurückspulen. Ähm. Wenn ich jetzt... Ich bin da reinkommen. Okay. Ey! Schreib nicht so schnell. Was los? Mit euch? Ich... Hallo? Sorry. Running late. In... Im Blatt. Okay. Hope so. Ach so, weil sie gerade... Ach, weil sie ausgewählt haben. Guck mal, 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 guck mal. Tab to open the journal? Ist das jetzt hier unser Journal? Ah, nee, guck mal. Nathan, Kate, Victoria, Jefferson. Ach, ja, Victoria. Okay, gut, 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 gut. Jetzt weiß ich wieder, wer Victoria ist. Ähm. Das ist unser Journal. Ich bin grad total überfordert. Oh, Münzen, komm, lass Münzen sammeln. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Okay. The future needs excellence. Dies is ein guter Spruch. Was seid ihr jetzt hier? Stella? Stella always looks so serious and dedicated. Good for her. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us, Blackwell Hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Interesting. Interesting. See, you learn something new every day at school. Like I said, you have a lot to learn. Max. See you in class. I'll see you in the whole house. So, when I hear the voice, how does the voice sound sound? Ah, because I have now... Ah, here is the drone! Where is she? Where is she? Where is she? da fliegt sie weg voll cool ich muss mal gucken wie lang das Video inzwischen ist natürlich sehe ich das nicht aber wir sind gleich in Time noch ein paar Minuten haben wir zumindest eine viertel Stunde voll gemacht ich muss das Feuer lösen guck mal hier ist der Schachspieler Typ guck mal Fototyp hey gib mir gib mir dein fucking Flashdrive ähm ne lass mir den Typ mal gucken ich glaube sein Name ist Evan er sieht immer so intensiv nette kleine Kamera hast du da nein lass mir den Typ sprechen lass mir mal gucken hey Evan mind if I check out your cool portfolio let's see if you're worthy of it Max you have to answer a simple question who photographed the famous falling soldier hmm ok das ist eine Antwort die wir uns dann wahrscheinlich merken müssen weil wir die erstmal total verkehrt ich nehme unten zurückspulen oh my you can't even tell the difference between street photography and photojournalism hmm no portfolio peak for you zurückspulen kollega sprecher hey Evan mind if I check out your cool portfolio let's see if you're worthy of it Max who photographed the famous falling soldier um Robert Kappa Robert Kappa of course I love his work despite the controversy about that photo my my this quiet child knows things that's why I'm here you're a kindred spirit Max would you care for a perusal of my portfolio it's not a privilege I grant to many I'd be honored sir that is megas großes Arschloch look or look Evan's portfolio always looks so uber pro I'd love to see his photos in there uber pro gehst du mal hier weg hier ist eine Schule du kleiner pädophiler Typ hau ab geh weg bevor ich meine Hunde auf dich ja ok wir lesen jetzt das Fotobuch von ihm Rachel oh Rachel ok das ist die die verschwunden ist 2012 war sie also noch da der hat nur sechs Fotos und macht da so ein Geheimnis drum um diese sechs Fotos wo man eh nichts sieht willst du mich veralbern du abstract landscapes juhu oh denke schön da gehen wir zum Frisur das ist eine Schokofrisur sieht aus wie so ein Schoko Schokodings irgendein Schoko Zeugs halt so ich gucke mir gerne noch ein bisschen immer nebenbei bei Spielen und die Umgebung an wenn es geht diese Baum sieht sehr metallisch aus ein Vogel schreibt mal in die Kommentare was das für ein Vogel ist für eine Vogelart kommt mir bekannt vor ist das ein Uhu ne ok das gucken wir uns noch an und dann das ist von unserem Lehrer die gucken wir uns jetzt einfach alle an dann beenden wir diesen Part und ich versuche das hier zu reparieren dass ich auch die Leute sprechen höre was ist das das ist so cool dass Blackwell eine Show von Mr. Jefferson das funktioniert hmm ich kenne mich mit Super Special Fotos nicht aus aber ich würde das jetzt nicht als Super Special Foto bezeichnen sondern eher als Lichtbild eines Gesichts was man so irgendwo in den Ausweis reinklebt oder so ich will mir das Foto angucken könnt ihr die mal bitte weggehen von Stella guck dir mal Stella an die sieht aus wie wie alt sind die eigentlich die ganzen Leute Stella sieht aus wie Richtung 11,12 gucken wir uns dieses Exhibition Panel an oh ja ok verschiedene Stile merkt man schon ich kann das da oben nicht so richtig zuordern was das sein soll das ist ein geplatzter Kopf sein oder da hinten ist noch was kann man springen in dem Spiel ne Blackwell I'll kill me da können wir uns einfach so mal ein Bild drum kümmern also da hinten sind noch so Sachen geschrieben so japanische Zeichen auf der rechten Seite da unten steht irgendwas mit Ümmi oder so Mami vielleicht das ist vielleicht seine Mutter die da fotografiert hat das wird es sein und da ist wieder das Eichhörnchen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder wenn ich dann die Leute höre macht es gut bis dahin und tschau wow ich wollte eigentlich nein ich wollte nicht zurückspulen ich wollte die Aufnahme beenden nein Buch auf Buch zu und wir stehen wieder hier juhu scheiße macht es gut bis dahin und tschau dass ich bin ja ich bin das ist Vielen Dank.